Alright, das ist Annika. Und das bin ich. Und wir waren in Marokko. Erste Station, Atlantikküste, das Surferdorf im Suan. Magic Bay. Und das ist es, dass wir hier in Marokko sein können. Willkommen zu Magic Bay in Süden! Musik 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 Wir haben ein Stück Zucker, dann diesen schönen Minztee, man muss den Zucker jetzt hier reingeben und macht dann das Ganze mal zu. Und wartet kurz. So, genau, dann gießen wir das einmal ein. Damit sich das Ganze jetzt noch schön vermischen kann, müssen wir einmal das zurückgießen. Und jetzt hat sich der Zucker schön vermischt. Das heißt, jetzt ist er fertig, um aufgegossen zu werden. Und dann, enjoy! Und dann, enjoy! Geht! Im Suan ist ursprünglich ein kleines Fischerdorf. Die ganzen blauen Boote werden abends durch einen Traktor zu Wasser gelassen und müssen dann noch die Wellen passieren. Und ja, da wird in der Nacht gefischt. Der Ort ist daneben natürlich auch noch ein Paradies für Surfer. Im Suan hat zwei Strände. Einmal die Bay, Magic Bay. Die ist durch die sehr, sehr lange Wellenlänge berühmt geworden. Und ja, hier soll es die längste Welle Marokkos geben. Bis zu 500 Meter soll dabei die Welle in die Bucht hineinrollen. Ja, und das macht den Ort natürlich beliebt für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Ja, und der zweite Surfspot ist La Cathedral. Und hier ist die Macht des Atlantiks noch deutlicher spürbar. Die Wellen tendenziell höher und deshalb ist der Spot eher für Fortgeschrittene oder Profis geeignet. Ja, deshalb waren auch wir jeden Tag in der Bay surfen. Und nicht bei La Cathedral. Ja, aber... Low tide. Im Suan Bay. Can you feel the magic? Life is out there in the line-up. Kiff aus! Wow! 5-4-2! 5-4-1! 6-5-4-3! 5-4. 5-4-5-5. 6-4-5-5. 9-5-5! 6-5-5! 6-5! 7-5! 6-5! Das war's. 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 Yo what's going on here? How are you! Free party. Will you go to the mountain? No. I felt so bad. He went in to surf afterwards and was getting to the top five. Can I take a picture? Yeah. Are these someone's pets or are they just wild? Hey, let's take a photo. Yeah, keep smelling. Woah. Woah. Yeah. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018